So Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mike's Show auf PvP vs. You in der Special Edition und zwar sitzt da, Reap's PvP. Nee, nee, bleib da, bleib da, nicht was? Nee, ihr könnt ihn auf jeden Fall hören mit meinem alten Mikrofon, jetzt kann's kommen. Nee, nee, bleib da, nee, bleib da, nee, bleib da, nee. Alles klar, du kannst jetzt auch wieder gehen. Jo, wir spielen jetzt einfach mal 1 vs. 1. Er ist natürlich auf dem besten Equipment mit einem Laptop. Leute, bei Timuli hat's ein wenig rumgebackt, deswegen müssen wir jetzt auf Rewatch spielen. Ist zwar nicht der geilste Server, aber, naja, es wird sowieso kein geiles Gameplay, ihr werdet es nachher noch sehen. Heißt ihr, Reap's PvP? Reap's PvP, oh no, der HFDM, wuuuuh, der HFDM leckt immer richtig hart, ist immer ein bisschen nervig. Digga, bei mir auch nicht, Alter. Digga, oh, neun, Alter, du hast mir mindestens ein halbes Herz abgestimmt. Muss man mal die D reinschreiben, Mann. Wer Reap's nicht kennt, ähm, da auf seinem Hauptkanal, Reap's PvP, äh, macht ja kranke Videos. Alter, du hast mich gerade, du hast mich, ich bin auf halben Herz, Digga. Ja, das ist, das ist Taktik, Mann. Digga, er killt mich, er hat. Die Jungen, du würdest jetzt mit dreimal mit dem Schwert draufkloppen, ich wäre tot ohne Scheiß. Du kannst nachher mit einer Aufnahme gucken, okay, doch nicht. Okay. Alles klar, ne Spaß. Okay, Leute, und, äh, Reap's ist morgen auch nochmal da, deswegen machen wir wahrscheinlich so City-Vlog, ja, irgendwie sowas. City-Vlog, wenn ihr Bock drauf habt, äh, auf so einen Stadt-Vlog, einfach mal schreiben. Ich hab auch ein bisschen was in Köln gefilmt, wir waren heute da, ähm, haben das... Wie, komm, auf die Eins, ist das, ey. Oh, ne. Okay, 3 zu 0. So, Leute, sind wir im nächsten Kampf, hoffentlich wieder High-FDM Gladiator, perfekt. Okay, Reap's hat mir gerade versprochen, dass er sich nach der Aufnahme HeyReap's nennt, also, äh, wenn er das nicht einhält, lasst mal alle ein Hashtag, nenn dich HeyReap's, äh, in seinen Kommentaren da. Okay, GG. Ich muss euch noch was ganz Wichtiges zum Tech-Repack sagen, wir sind wirklich fast fertig, muss man echt sagen. Wir haben den, äh, wir haben zwar ein paar, wir haben ein paar Insider eingebaut, wie zum Beispiel diese Piep-Effekte mit dieser Huhn, mit diesem Huhn, wer es nicht kennt, machen wir es jetzt nochmal. So, das ist der Piep vorbei, also den Hashtag Luftmatratze haben wir auch mit dabei, ähm, also alles sowas, ne. Also, haben wir alles mit am Start mit reingemacht, ähm, das Tech-Repack ist wirklich hoch, äh, hochwertig, also auch hier, dass es alles beschriftet, das heißt dann auch alles anders, also es ist wirklich nicht schlecht geworden. Ich warte noch so lange, bis mir ein paar Zuschauer halt, äh, Sachen einsenden, also Tech-Repacks einsenden, ob ich da vielleicht irgendwie was, was rausnehmen kann und das dann halt in das... Alter, ich wäre gerade fast gestorben, Mann. Ja. Ohne Scheiß. Also, du hast Wüßt. Ja, Mann. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ist doch gerne eine positive Wertung da. Schaut doch gerne beim Blues vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge, PvP vs. You. Ich muss das jetzt noch zusammenkacken und... Alles klar. Alles klar, ja. Das ist jetzt Ende. Hau, den Mann. Geh, weh, du Scheiß, das rein. Das wird, das wird sowas von reingeschnitten, Mann. Wenn, wenn es, wenn es... Er hat es aufgenommen. Okay.